Was ist eigentlich Base4NFDI? Base4NFDI ist eine Initiative der 26 Fachkonsortien in der NFDI, das für die Entwicklung von Basisdiensten verantwortlich ist. Was ist ein Basisdienst? Ein Basisdienst ist ein technisch organisatorischer Service, also baut sowohl auf Hardware als auch auf Softwarelösung auf, bietet aber auch beispielsweise Beratung und Training und ganz wichtig bietet einen Mehrwert für alle. Ein Beispiel für einen Basisdienst ist IM4NFDI. Hier wird ein Authentifizierungsframework zur Verfügung gestellt, was es ermöglicht, sich per einem einmaligen Login Zugang zu möglichst vielen Services innerhalb der NFDI zu verschaffen.